Ich zeige dir etwas. Schau mal, für einen Trick. Siehst du? Wenn die Hand nach oben geht, geht mein Fuß runter. Da geht man. Schlag auf meinen Fuß. Er geht nach oben. Siehst du? Jetzt probieren wir. Geht das genau so dein Fuß nach oben? Jetzt die Hand hoch. Und runter. Und jetzt, nicht so laut, jetzt versuchen wir nur mit einem Finger. Ob mit einem Finger das genau so funktioniert, bei mir funktioniert. Bei dir auch? So. Wow, funktioniert. Nein, nein, nein. Du hast noch nicht gedrückt deinen Fuß. So. Nein. Und jetzt zählen wir. Weißt du, was wir machen? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Gut. Jetzt kannst du deinen Fuß hierher stellen. Oh, beahme. Jetzt kannst du deinen Fuß hierher stellen. Ja. Genau so. Also. Jetzt drückst du nicht, gell? Erstmal nicht drücken. Ein, nee. Wenn die Hand runter geht, dein Fuß geht hoch. Eins, jetzt hoch. Eins, zwei, drei, vier. Gut. Halte. Jetzt. Eins, zwei, drei, vier. Halte, halte noch. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Genau. Jetzt genauso versuchen wir am Klavier zu spielen. Oh, arme. Das war heute unsere Kaninchen. Oh. Oh.